Das ist ein neues Video, das ist ein neues Video. Hallo und willkommen zurück. Endlich mal zu einem neuen Video. Seit langer Zeit, ja. Heute spielen wir mal wieder Sea of Faith. Lang ist es her und wir haben heute ein paar Kameraden dabei. Hallo Cookie, hallo Space. Guten Morgen. Ja, und wir haben natürlich einen neuen Begleiter. Und zwar Red Cat. Sagt Hallo zu Red Cat. Komm her. Ja, komm. Na. Da ist sie. Eine gute Red Cat. Ja. Ganz süße ist sie. Ja. Genau. Äh, was haben wir heute vor? Äh, ein bisschen Geld verdienen. Einfach mal wieder. Geld. Ja. Kapitalismus. Genau. Okay, ich würde sagen, wir fallen einfach los. Ja. Wollt ihr mir nicht helfen? Nein. Na, schade. Ja. Joa, dann auf, auf. Sag mir in welche Richtung. Ähm. Süd, Südwest. Süd, Südwest. Also nach rechts. Nah Südwesten. Im Süden. Im Süden des Westen. Ich hoffe mal, dass es einigermaßen aushaltbar ist im Video. Ja. Ja. Also, es gibt immer noch zwei Stürme. Da ist einer und da ist einer. Ja. Oh, es wird aber langsam neblig. Es gibt so eine Website, da kann man sehen, wo der Sturm gerade ist. Wir spielen ein bisschen Musik. Also, ich weiß nicht, was der andere Sturm ist. Hm. Vielleicht ein Grafikfehler. Wollen wir da mal hinfahren? Nee, wir machen, wir machen Geld, ja. Komm mit Red Cat. Ja. Was macht die? Der Sturm ist über Canon. Der Sturm ist auf dem Stand von... Welche Uhr? Hey, das Red Cat. Hey. Hey. Space. Nein. Das ist meine Katze in Ruhe. Tschüss. Ich seh sie noch. Man sieht sie noch. Und sie ist weg. Ich seh sie nicht mehr. Ich hab sie nur ein schwarzer Punkt und da war sie weg. Flop. Flop. Flop weg. Red Cat, komm zu mir zurück. Wollen wir nach vorne, Red Gamer? Da ist sie. Ja. Red Gamer, komm her. Siehst du da etwas links, die ist ein Steinhaufen hinter dem Berg? Steinhaufen hinter dem Berg? Ja. Äh. Ja. Das ist die Seaforth. Da fahren wir drauf hinzu. Ah. Das essen wir. Ja. Es war auch schön, dass mal wieder ein Video kommt. Es ist jetzt hier auf Wies. War was anderes wieder. Und nicht Fortnite. Nein. Nein. Das spiel ich nicht. Und auch. Ich hab auf jeden Fall schon mal wieder viel in dem Spiel gemacht. Ihr könnt sehen hier. Sehen man's gar, wenn das mal laden würde. Haben wir hier schon mal fünf Stück zu 100% durch. Dadurch habe ich auch dieses wunderschöne Lied hier bekommen. Ja. Vielleicht mache ich bald mal wieder zum Schleierband und so weiter. Muss man mal schauen. Kannst du mal bitte meine Katze in Ruhe lassen? Ja. Schleierband. Gold. Äh. Krass. Ja. Äh. Wir können. Äh. Wir sollten vielleicht mal langsam abbremsen. Hintere Segelkant. Die Katze mag es bestimmt, wenn ich sie mit dem Megafon anschreie. Leute. Guten Morgen. Gucki. Die Insel hat bei mir irgendwie kaum Textur. Ist das normal? Ja. Bei mir hat sie auch echt wenig Textur. Genau die Insel meine ich. Wir müssen da anlegen. Dann könnt ihr uns nicht mehr abschießen. Echt gemalt. Was knackt hier so? Das Schilf, was zerbricht. Warum? Weil wir abgeschossen werden. Achso. Wir werden abgeschossen. Ja. Könnt ihr bitte mal den Anker machen oder so? Du müsst ankern dann. Äh. Rechts. Du müsst ankern dann. Sollte das alles klappen. Woah. Au. Ups. Die Katze. Wir leben doch. Wir leben. Wir leben. Komm, du musst reparieren. Was denkst du mach ich gerade? Oh, hallo Phantome. Nicht reparieren. Fight. Achso. Jetzt hab ich den Sniper und die Donner will save. Ist egal. Ja. Phantome. Kann man die mit Wasser abwerfen und dann verschwinden die? Ne. Wir müssen ja mal den. Wir müssen den Boss besiegen. Wir müssen hoch, glaube ich. Kannst ja mal gucken, ob das wie ein Legon in Iago ist. Wir brauchen den Schlüssel. Achtung. Du suchst auch die Türen. Äh. Äh. Ich hab den für sie oben. Da ist einer. Hallo. In your face. Na. Den Schlüssel für oben hab ich. Und für den Kerl, wir müssen den Boss besiegen. Ey, die sind One-Shot mit ner Pistole. Ja. Ja. So, ich such mir hier mal alles. Was haben wir denn hier dieses schönes? Oh. Essen. Wir müssen erst den Boss besiegen, als sind die ganzen Geister weg. Au. Ja. Ey. Nicht cool, Bro. Ey, wir müssen die ganzen Geister besiegen, damit der Boss weg erstmal spawnen kann. Oh, ich hab keine Muni mehr. Ups. Ja. Ich bring das Ding mal ganz nach oben, ne? Das bohrt er wahrscheinlich ganz oben. Ähm, wir haben hier ein kleines Problem. Warum? Ne, der kann eigentlich überall spawnen. Was ist denn das Problem? Ah, Phantome, oder wie die Alten. Tschö, Wollebo. Und der Boss. Warte ich. Der ist tot. Ich lebe. Ah, okay. Warte ich wieder, tu ich wiederbeleben, weil ich weiß, wo ihr seid. Nein. Hihi. Oh, hier sind zwei Geisterschaftszu? Ja, das ist von oben, dem Lager. Lass mich doch... Ah, Muni auffüllen, Muni auffüllen. Essen, essen, essen. Futter, Futter, Futter. Huch. Junge, ich bin gerade am heilen, Alter. Jungs, sporter dich direkt vor meiner Frisse. Los, Katzi, ich nehm dich mit. There we go. Schön mit meinem, äh, übelst heißen, äh... Welche Glocke läutet hier überhaupt? Irgendeiner. Ich höre was. Der Boss ist noch nicht da. Oh, na, 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 hallo, hallo, hallo. Ihr mögt es wohl, mich anzugreifen, ja? Ich auch. Was ist das denn hier? Deckel benutzen? Goldbeutel? Oh, schön. 21 Gold, wow. Ja, man, 21. Noch mehr Essen. Ah, da seid ihr ja. Kommt her. Ihr werdet keinen Frieden finden, solange Captain Red am Start ist. Die beiden, äh, die beiden Reaper, die noch auf dem Server waren, die bekriegen sich wahrscheinlich gerade. Der eine, äh, fehlt gerade, der die Fort gemacht hat. Captain Red und seine Crew werden diese Sky Fort eigentlich. Captain Red und die Crew. Mit der Red Pearl und Red Cat. Welche Red Pearl? Du hast nicht mal das Schiff gekauft. Noch nicht. Komm her, komm her. In your face. In your... Oh, komm schon. There we go. Da muss ich schon wieder leer. Nicht abschießen. Ist ja ein Red Cat, wo es Red geht. Red Cat ist tot. Kann nicht sterben. Kann die eigentlich ertricken, weil die haben ne ertricken, weil die haben ne ertrick-animation, wenn man den in den Arm hält und so was er geht. Red Boss ist da. Warum? Captain der Festung. Ja, Boss ist da. Der Block ist ein Loser. Wo ist denn der? Seh'n nicht mehr. Und der ist weg. Da ist er. Komm her, Captain der Festung. Hola. Hola Leo. On guard. Es ist in Spanisch. Er ist dead. We have him. Okay, good. Okay, nimm du ihn und dann... Geh runter. Ja, genau. Ein schnell. Nett. Reiches Gold. Okay, ja. Ähm, wir bringen erstmal alles aufs Schiff, ne? Was ist da hinten für ein goldenes Ding? Wie meinst du goldenes Ding? Da ist so ein goldener Schleier. Wo? Direkt hinter der Fort. Äh, das ist ein, äh, Reapers Bounty. Oh, holen wir doch mal gleich. Ja. Gibt, glaub ich, 1000 Gold oder so. Gut, ich würd sagen, wir nehmen dann einfach kurz auf dieses goldene leuchtende Ding da hinten. Das ist an der, an, das ist an der anderen Seite der Map. Nein. Komm mal zur Karte. Ja, das ist das. Da sind wir. Und jetzt, äh, gehen wir nach oben. Nein, weiter links. Weiter nach oben. Da ist es. Ah. Ja, dann würd ich sagen, auf, auf. Nordwesten. Los geht's. Was trödelt mir denn so lange rum? Bitte benutze ich dieses Ding, das macht das so komplett unsynchron. Das ist mein Instrument Cookie, nimm was anderes. Hat jemand von euch Wattcat gesehen? Nee. Nee, die bleibt. Ähm, okay. Die saß eben noch auf der Insel, hat sie nie mal mitgenommen. Nee. Die kommt schon nach, die schwimmt schon. Ah, sie ist da. Ja, Redcat, nee. Kann ich das Feuer direkt blau machen? Nee. Sie ist im Weltraum, erkundigen Sie im Weltraum. Okay, Leute, wir haben, da vorne ist es. Müssen wir runtertauchen oder wie war das da? Ja. Da ist das Schiff. Äh, der ist hier unten, dankeschön. Der Wack, das fragt der Flying Hell, die fliegende Hölle. Achso. Sehr gut. Äh, der Ashen Wins Event ist grad aktiv, wollen wir das machen? Oh, ja, die Truhe. Oh, schön. Wir haben gleich ne richtig... Einfach loslassen und hochspringen. Oh, ich ertrinke gerade. Ja, lass einfach los, wenn du dann außerhalb des Schiffs wirst. Oh, ja, ein Stab. Der ist gut. Hier ist ne... Hier ist ne Obstkiste. Also, die Kiste haben wir. Ey! Wieso kann die Wacht unter Wasser brennen? Hä? Erklär mir das mal. Wie kann die unter Wasser explodieren? Es ist ne gute Kiste. Ja, die hat ja auch gezündet. Guck dir deinen Einsatz mit dem... mit der Haruna hier. Oh Gott! Geh weg, du Biest! Was für ein Biest ist es denn? Ein Hai. Äh, nope! Oh. Goddammit. Das war ein bisschen zu voreilig. Ich hab zu mangelnde Fähigkeiten, um eine Abul zu benutzen. Wookie! Bing! Was brauchst du so lange für ne Hub? Oh, ja. Echt schöne Aussicht. Fahren wir jetzt da hin oder nicht? Eigentlich müssten wir. Oh, sie weint schon wieder. Oh, yo, Junge! Yo, yo! Okay, Alter. Übertreib halt die Kiste. Dann müssen wir sie irgendwie so außen platzieren. Oder einer hängt mit dir ganze Zeit an der Leiter. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Doch, das geht. Wenn du grad seit der Außenleiter hängst mit dir. Kann sein, dass sie das Lied noch nicht so ganz synchron hinbekommen haben? Das Ding gibt's... äh, das Lied gibt's seit, äh... ein Jahr oder so. Oh nein! Was für Musik? Oh nein! Los, passieren! Alle Mann an Deck. Kanonkugeln laden. Wir haben's mit einem Hai zu tun. Einem leckeren Hai. Auf welcher Seite? Links. Wie geht's eigentlich meinem Fisch? Wer hat mein Pferd mein Hai geklaut? Ähm... Meine Katze war hungrig. Ey... Wo ist der Fisch? Ähm... Wo ist der große Fisch? Ah! Uh, er ist lila. Wo sind unsere Kanonfässer? Mein Gott, ich find's dir jetzt nicht. Ach ja. Komm, glaube ich, von hinten, oder? Ist er weg? Nein. Die Musik ist auch da. Von wo? Von wo? Angriff! Nach unten! Ach da, ich seh's! Hinten! Löcher! Am besten, dass wir fahren Richtung Insel oder sowas. Oh, er hat das komplett abgelenkt. Scheiße. Ja, auf uns wegzuschießen. Kann hier einer haponieren, dass er uns hinterher zieht? Er geht schwer, wenn wir schnell sind und er noch schneller ist. Da links ist eine große Insel. Oder ist sie weit weg? Ja, hier ist keine Insel. Lass uns dann links eben zur Insel fahren. Vielleicht machen wir doch das rote Event dann erst. Angriff. Der greift, der greift, der greift. Ja, ich weiß. Nein! Reparieren und schöpfen und los! Guck hier, was stehst du da nur rum? Äh, ich muss... Lass uns weg! Nein! Junge, wir gehen gleich runter! Ey, du bist genauso wie THC! Ja, guck mal! Jetzt gibst du wieder Rookie und da, weißt du? Bin wieder da! Bro, jetzt hilft hier schöpfen, Alter! Nicht in mein Gesicht, bitte! Ich treff nicht! Ist die Insel vor uns? Komm her! Da ist diese. Oh, er greift an unter Deck! Wir können jetzt nicht noch mehr Löcher gebrauchen. Wir sind gleich an der Insel. Jetzt ist er weg, oder? Nee, er ist da rechts. Da rechts ist die große Insel, da können wir ja gleich unser Proviant an Holz wieder auffüllen. Sind wir hier in Minecraft? Mhm. Okay, kann jemand das mittlere Segel hier ein bisschen hoch machen, dass ihr seht, wo die Insel beginnt? In der Mitte? Das ist hinten. Ja... Wir müssen ja... Ja, gut. Nicht ganz hoch. Doch. Auch nicht ganz nach unten. So. Okay. Gute Entscheidung. Ähm. Jo, okay. Wir haben Löcher. Ja, hinten. Hinten sind Löcher. Hilfe! Verrieren! Wir fahren deswegen grad auf der Insel zu. Für Holz kriegen. Das ist egal. Okay, äh. Kann man jemand hier Anker machen, bitte? Anker in 3, 2, jetzt. Okay, los. Kann man das Holz hier einfach so abnehmen? Nee, muss man mal schlechten Dings finden, ne? Wir machen den. Wir brauchen den. Den brauchen wir noch. Nicht benutzen. Drück X. Mensch Cookie, verballer doch nicht unsere Munition damit. Ich würde, ähm, hier ein Dings machen, äh, so ein... Nichts gemacht. Dank der Inkompetenz von Cookie haben wir unser Schiff verloren. Ich hab wirklich nichts gemacht. Ja, merkt man, dass du nichts gemacht hast. Ja, eben. Fahr das Schiff wieder hier hin. Ja, wo seid ihr? Genau. Da, wo wir grad auch waren. An der neben der Insel. Am anderen, hintere linke Ecke des Dingens. Ähm, Sailor's Bounty ist das, glaube. Wo ist die ungefähr? Ja, wir sind bei Sailor's Bounty. Hintere, hintere linke Ecke der Map. Ich bin nur ganz kurz vor dem Schiff. Ich war wirklich nur eine Minute unten. Ja. Auf einmal... Cookie, du solltest auf dem Schiff bleiben. Weil die Truhe heult und wir haben Löcher und dann... Es füllt sich innerhalb von Sekunden. Ich bin mit Salzwasser gefüllt. Ach, wie gut, dass da keiner hier hinkommt, sonst ist es gerade raided oder so. Wir sind jetzt gerade wie Captain Jack Sparrow in dem Film. Wir sind gestrandet. Hast du irgendwo den guten Rumpf versteckt? Nein. Also, wir haben unser Schiff wieder. Jetzt befinden wir uns gerade nur in einem Sturm. Ähm, wir hatten noch schlechte Erfahrungen mit an so einem Ding. Parken werden wir im Sturm. Ja, deswegen bleibt ja einer oder ich bleib auf dem Schiff und töte für Wasser. Na, wir brauchen halt zwei, die die, äh, ich ja Reaver-Flagge reinmachen. Ja, bleib du lieber auf dem Schiff und geh mal aus Sicherheit. Ah, wo fahren wir denn grad gegen? Hä? Hier ist doch nichts. Äh, Sandbank. Ach so. Oh, wir wurden getroffen von einem Blitz. Nein, ich wurde getroffen. Ach so. Ich fände mein Schwert in der Rand. Guck mal so, gucky, so bewahrt mein Schiff vor dem Untergehen. Okay, dann auf zu dem Feuerstrudel. Buki, was machst du das Wasser wieder in den Schiff rein? Du holst das Wasser und schießt es gegen die Wand im Schiff. Wir fahren ein Versehen. Wollen wir die Reaper 5 raiden gehen? Nein. Dafür haben wir nicht genug Sachen. Ja, die sind grad am verkaufen. Ne, das Ding ist weg. Ah. Oh, sie fahren weg. Und sie sind weg. Ja, toll. Seht ihr ausgelockt oder das Schiff ist komplett verschwunden? Oh ne, da ist es wieder. Jetzt ist Reaper 1. Ja, die haben wahrscheinlich Flagge raus und dann wieder reingemacht. So, endlich angekommen. Tun wir mal was hier verkaufen. Ich glaub einer hat sich gerade rüber zu unserem Schiff geschossen. Die haben 10.000 bekommen, für was? Für die Küste. Die kriegen jetzt auch Geld. Ja, wir haben grad ein Püttnis geschossen. Alter, Buki, bist du blind? Hier oben steht ein Typ. Ah. Muss geleert werden. Ah. Da ist was drinnen. Komm, nimm den letzten Schädel. Wir kommen mit Cat. Der andere verkauft auch was, der meinen Namen hat. Ja, ja, ja. Ich bekomme nicht diese Ruderboote. Die können einfach so auf uns ins Braun oder andere. Soll man die 3-Zahl-Dinger auch verkaufen? Kann man nicht verkaufen. Okay. Wenn die Sachen verkaufen, kriegen wir auch Geld, ne? Also, wenn die von deren Sachen was verkaufen. Jo. Wirklich, was machst du? Da ist ein Dreizack drauf. Den wollen wir doch nicht einfach so verschenken. Den Dreizack kann man nicht verkaufen. Ne, egal. Kann ich gar nichts machen, außer abschließen. Guck mal, die helft uns. Die bringen so so Dachen auf unser Schiff. Guck mal, wie nett die sind. Wenn wir zuerst angreifen, dann... Wären wir uns okay? Die laden Obst bei uns drauf. Ja, das was auch auf unserem Schiff schon war. Solange es sind keine heulenden Kisten. Die Obstkisten kann man nicht... so lange die nicht voll sind. Cookie. Cookie, aufhören. Ich habe ihn gerade gefunden. Cookie, aufhören. Ich habe ihn auch gerade gefunden. Nun gut. Oh, hinter uns. Wir schießen uns ab. Warum das denn jetzt? Ja, gut. Echt die Ozen des Schiffes. Ich kann nicht schießen. Mensch, wer hat den Kack-Dreizack hier hingelegt? Alter, wessen Idee war der Kack-Dreizack? Cookie. Ey, die schießen mich ab. Die wissen, dass ich hier bin. Oh, schade. Na gut, man wird hier doch belogen und betrogen. Das Schiff ist eigentlich so gut wie down. Cookie, nicht direkt aufgeben. Na gut, dann würde ich aber trotzdem sagen, dann war es das mal für diese Folge. Ich schaue, dass ich hier was Gutes zusammenschneide. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin und hat's gut. Ja, wir sinken, wir sinken, wir sinken. Tschüss. Tschüss. Wir sinken.